Ich bin Deodor Fontane. Ich wurde am 30. Dezember 1819 geboren und bin Schriftsteller. Man erzählt von mir, dass ich einer der bedeutendsten des Realismus war. Ich war hier etliche Male zur Kur. Ich habe hier auch ein Gedicht verfasst über die Quellen, über Rakozi und Bandur, weil diese Quellen mich fasziniert haben. Ich bin Rainer Haug im wirklichen Leben. Ich wohne hier in Bad Kissingen in Garitz. Ich wurde vor zwei Jahren gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, den Fontane zu machen. Rakozi-Fest hat man ja schon von der Jugend aus drin. Das ist eine Ehre, dass man genommelt wird.